Peace Freunde, was geht ab? Wir melden uns direkt vom Stadion. Heute, BC Lions, wir sind auf dem Heimspiel. Ja, schönes Wetter, checkt den Vlog von gestern ab, BC Lions, checkt den Vlog von gestern ab, denn heute ist zwar derselbe Tag, wir waren vorher noch Linden Canyon, könnt ihr gerne abchecken mit mich, Freunde, ich habe zwei Videos daraus gemacht. Auf jeden Fall, ich habe keine Ahnung, wie es sein wird, zwei, drei Stunden mit ganz vielen Attraktionen, keine Ahnung, du musst tanzen, irgendwelche Challenges machen, um auf diesen riesen Bildschirms zu kommen. Ich bin gespannt, Leute, habt viel Spaß, lasst ein Like da, heile, yalla, ciao. Das Problem jetzt, McRolls in Kanada, es wird gleich schmecken, Big Mac, obwohl es ein bisschen anders aus, Thomas. Es wird gleich schmecken. Oh, ich bin eine Fat Girl. Ich will sie in meinem Haus kommen. Genau, gleich. Was immer machen, vor allem Spiel, könnte man nicht, als sowas. So, wegen den McDonald's sind wir jetzt zu spät. 20 Minuten verpasst. Hier könnt ihr eure Sachen ablegen. Mixer wollten 10 Dollar haben, pro Tasche. Oder 40. Security checks. Peace to you, Lions. Peace to you, Lions. Peace to you, Lions. Yeah, thank you very much. Sorry, sorry, wait, thanks. I need those. Yeah! 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 Gänsehautland, Gänsehautland. Das ist Szymon. 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 Und der ist die Welt. Und der ist die Welt. Es ist die Zeit für den Superstable. Musik Das gibt es nicht, nicht einmal am... Let's go! Let's go! Let's go! Come on! Get out, motherfucker! Let's go! Bruder, diese Atmosphäre, die Schwester, krank! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Also Leute, ey, wirklich, wir ziehen zwei Minuten vorher ab, weil, vor die Bucke zu voll werden, ist zwar mega krank, ey, wie so ein Erlebnis in der Liga abgibt. Ich wünschte, es wäre on-siegel, bei der NBA. Aber Football auch, mega nice, die Konjunkturie. Guckt, wer sie guckt hat, ist mega krass. Hier noch einmal. Mega geile Abend, Leute. Die gehen jetzt noch mal an den Strand, bisschen feiern. Guten Tag? Ja. Gut, gut, gut. Pierre? Ja, wie der? Ja, wie der? Ja, was macht ihr denn? Ja. Guten Tag, Bro? Ja. Ja. Ey, ho! Ey, ho! Ey, ho! Leute, er hat keinen Schluck Alkohol getrunken, gar nichts geraucht, nichts. Einfach Franzose, einfach. Ey, au, wächst! Okay. Und lasst ein Like da, wirklich, geiles Video. Hier nochmal, Stadion in Orange, BC Lions. Ihr habt einen neuen Fan. Aber Football ist cool. Aber die ganzen Pausen dazwischen, also, würde ich live im Fernsehen gucken, wäre es langweilig. In echt ist es halt geil, weil du diese Challenges hast und, keine Ahnung, kannst rumschreien. Ich habe gar keine Stimme mehr, gar keine Luft mehr, Leute. Auch viel Spaß. Ich schneide euch noch ein bisschen was von den Partyszenen rein. Halt, Yallah, lass ein Like da. Yallah, 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 Kanadarei auseinandernehmen. Pust auf dich. Halt, Nita, Mäh. Ciao. Wiedersehen. Wie, wie man, dich anfle? Na, Probably Tag,ami, oder? Na, up, auf, auf, auf. Was ich sage, wenn du dich Dent校 nicht besonders ans干st? Wir nehmen mich etwas, was alles Wessä000er vivid. Ja! 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 Ja!